und wir sind zurück mit a way out wir haben dieses flugzeug hier gechartert und fliegen jetzt nach mexico um harvey zu besuchen ja wenn man schon mal unterwegs ist alter geil alter echt jetzt muss dazukommen uns geht's nicht die grenad brothers ich bringte so schnell ich kann kummer wieder läuft wie so ein alter opa sich eingekackt hat ist echt so lauf junge was haben wir hier grenad brothers ist ja pause von der realität oh gott ich bin ja das ist quasi kennst du blobby volleyball was 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 gerettet shit 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 ah nice f*** dich weg jungen alter waaat oh fuck oh fuck bäh angett's schnibbelt alter aber wie kippst du denn gar nicht ah fuck oh fuck ganz eng gespielt was sind das für mannequins alter nice angedreht ist halt wie besteht zwei drei oh fuck äh du hast vier von sieben punkten ich hab zwei von sieben punkten die man braucht wann hab ich denn vier punkte gemacht das ist bullshitt das ist bullshitt hast du gehört das ist da war wahrscheinlich hier die nächste generation von pong da waren schon alle richtig oh gott ist das schlecht aber ich hab äh im computer spielmuseum in berlin auch das original pong gespielt und da war ich auch schon so scheiße naja ich kann sowas nicht das ist zu kompliziert die spiele vielleicht lord bei mir kam der sound dass ich äh punkt gemacht hab was machst du da keine sorge jungen das ist alles tactics tactics aaah vielleicht zu mir ne ach alter diese sounds irritieren mich voll boah mit bande nice bam oberne decke genagelt alter ist das ding ey du warst genau drunter ich bin kurz vorher weggegangen weil keine ahnung hab die äh flugbahn falsch eingeschätzt so jetzt das lockbuch das mussten wir holen wir müssen die hangartore noch öffnen und wir müssen die benzinzufuhr ja ich da schaffst du das oder muss ich aufpassen ja wird das schwieriger du musst abstützen junger ja falls ich nicht mehr kann nichts als ich sterbe es wird anscheinend wirklich schwieriger zumindest ne ach kann man wieder darten oder das konnte man letztes mal ja auch schauen komm sieben sieben ah komm schon ah es war alles nicht gut genug leo zu schlecht hier kann man wieder darten sag ich mal ob du besser kannst wo geht das denn hin dahinten das wird schwer ja das game ist nicht für mich ach scheiße du kannst das tor noch aufmachen ach ja setz dich ruhig schon mal rein ich mach schon alles du machst das schon im depo ich bin bereit zu gehen ich bin bereit zu gehen ich bin bereit zu gehen hallo ich kann mich kaum umgucken ich bin bereit zu gehen da hörst du wenn du ein Selfie machen willst wie schwer aus ja das bestimmt eine gute Arbeit für einen alleine die andere Seite wahrscheinlich auch noch ne riecht schön mal hier so ne mach schneller da man wenn du so ne Nase rumtragen musst dann braucht man jede kraft die man sich wiederholen kann da warst du schon dran ja ja trinken ready to go jetzt geht das spiel rüber in den microsoft flight simulator es wird noch nicht einmal gesagt wohn nach mexico ne das wundert mich auch immer dass die genau wissen wo die hin müssen wo die info nie rüberkram glaube ich alter die hat da voll die graune haare ja auf jeden fall voll die oma da drin die lange zeit jetzt also echtzeit sind wir jetzt quasi ausgebrochen und das ist quasi zwei tage später oder also ich war ich war und sie gehen Ich bin ein zweiter Werteidig. Ich sage, dass das Buch eine Buchstabe wirklich hilft. Ich meine... Natürlich, das ist auf dich. Ich meine, ich sage, dass es für mich funktioniert, aber es muss nicht... Ich weiß, ich sage, ich sage, es ist ein guter Ding. Das ist alles. Du fühlst mich? Ja, ich bin nicht der Buchstabe. Ja, ja, ja. Ich meine, es war einfach eine Idee. Es war einfach... Insofern, auf die Baby. Ich bin wirklich glücklich für dich. Danke. Ja. Das war eine sehr wichtige Zwischensequenz. Ja. Oh, nice, Alter. Das ist also Mexiko. Wir befinden uns den Punkt. Sind Sie bereit, zu jumpen? Ja. Genau. Okay, erinnere dich. Spreche die Arme und die Läge, um schneller zu fallen und manövriere dich selbst. Und nicht vergessen, dieses Schuss in Zeit zu fallen. Welcher habe ich fallen? Dieser? Ja, dieser. Wie das. Ich werde das erwarten. Aber echt. Auf, auf. Auf, auf. All right. Eins, zwei... Komm her, komm her! Ahhhh! 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 Oh, verdammt! Warte. Ich kann das. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. überlegen. Ahhhhh! Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ahhhhh! Ahhhh! Ahhhhh! Vincent! Vincent! Ahhhhh! Wohin stehe ich mich? Sie können nicht vergessen! Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhh! Hast du sie vielleicht nicht vergessen? Ahhhhhhh! Geh jetzt, äh, komm zu mir, Junge! Äh, ich probier's! Ja, der kommt näher! Ich weiß aber nicht, weil der nicht nach unten drückt. Ja, der kommt näher! Hat er zu gewollt? Nein, du hast es nicht! Ich glaube, wir müssen aneinander bleiben. Ja. Oder du ziehst nicht am falschen Knopf, du Depp. Hä? Ich hab einfach nicht linke Maustaste gedrückt, weil ich gedacht hab, jo, ich hab ja noch Zeit. Ach so, du hättest das tatsächlich... Ich hätte immer drücken können, aber hab ich nie gemacht. Dann hat der den Falschimpf drauf. Es wär immer so, dass sich der Ding einfach so auflässt. Wo bist du denn? Direkt neben dir. Ja, jetzt kann ich drücken. Bei... Okay. Wollte grad sagen, bei mir hat er noch nix gesagt. Ja, siehste. Er verliert uns ja. Du bist schon viel zu weit unten. Jetzt bist du... Jetzt bist du über hier? Jaja, ich hab gebremst. Leo, komm zu mir! Also ich hab... Ich bin bewusst nicht gerade nach unten so viel wie gerade. Hä? Ah, jetzt ist kein Falschimpf. Ah, doch da ist er. Alter, das sieht geil aus. Wie steigst du mich? Wie? Du wirst mir das wirklich fragen? Warum nicht? Die Zeit ist perfekt. Einfach schaufe dein Falschimpf. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Du wirst mir sagen, oder ich werde dich einfach nicht gehen? Das ist nicht lustig, okay? Ich denke, es ist. Also? Was? Du wirst mir sagen, oder nicht? Okay, okay. Ich schaufe als ich jung und froh. Ich will noch mehr. Schaufe für was? Komm schon, Mann! Schaufe für was? Schaufe für was? Ich schaufe von einem fuckingen Baum und hab meine Arm. Schaufe für was? Schaufe für was? Schaufe für was? Schaufe für was? Was bedeutet das, was ich gesagt habe? Ich war acht Jahre alt. Schaufe für was? Schaufe für was? Okay, gut genug. Ich lasse ihn gehen, wenn du die schaufe für was? 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 Ich liebe dich, Mann! Nein, du bist nicht. Warum landen wir hier am Arsch der Welt, wo nichts ist? Du hast mich? Ich bin nicht auf dem Osten. Ich bin auf dem Osten. Schaufe für was! Schaufe für was! Schaufe für mich, okay? Ich bin in. Schaufe für mich! Ich will nicht. Ganz sanft genannt. Profi. Der Banker. Schon hundertmal Fallschirm gesprungen anscheinend. Das war die letzte Mal, als ich zu deinen Ideen hörte. Geh es einfach. Du bist noch immer wieder, oder? Ich habe nur gesagt, ich habe fast sterben. Nein, du hast es nicht. Lass uns gehen. Oh, Scheiße. Jetzt kommt richtig die Shooting-Sequenz und so. Alter, dieses... Splitscreen-Gehende ist... Was macht dich so sicher über das? Ich weiß nicht, es hat ein Gefühl, ich glaube. Und es ist nicht einfach, es ist einfach, etwas zu verkaufen, wie das Black Arlong. Ich verstehe trotzdem nicht, wie du das verdammt hast. Ich bin eigentlich gut an, was ich mache. Die Sequenz haben sie auch noch einmal programmieren müssen, und... Es ist zu schwer, so zwei verschiedene Versionen zu machen. Vor allem die fünf Meter einmal klettern, zack, Zwischensequenz. Alter. Du siehst? Zwei von ihnen. Ja. Ich habe keinen Weg. Bleib hoch, lass uns flanken sie. Okay. Du flankierst nur, oder sollte ich nicht auch? Anscheinend nicht. Anscheinend solltest nur du flankieren. Drei Stück sind's. Kannst du noch weiter gehen, oder? Oh, eigentlich schon, aber dann zieht mich einer. Ja, also ich sehe ja zwei, das heißt, du musst ja nur eine Schussbahn, auf den da hinten kriegen, ne? Es ist aber die Frage, ob die mit einem Schuss tot sind, oder? So wie die... Ich weiß nicht. Ja, das wichtig ist ja der Typ, der da hinten läuft, die hier vorne müssten ja eigentlich kein Problem sein. Ja. Ah, der eine sieht mich fast. Dann warte doch, bis der bei dir vorne ist, wenn der bei dir vorne stehen bleibt, schieß ich auf die anderen. Okay. Dann kannst du zur Not noch rumziehen, wenn ich zu blöd bin. Jetzt. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Alter, was hält der aus, bitte? Du, ist doch nutzlos. Ja, da... Ja, da kommen mehr. Jo, da hat der Job bekommen und kippt dich um. Das muss wohl der letzte von diesen Schuss. Das ging nur ganz leicht. Ja, ich weiß, Shooter sind nicht so deins. Nee, nicht solche Shooter. Den einen dachte ich auch schon vorher einmal in den Kopf getroffen zu haben. Hm, naja. Das geht hier einfach nix für ihn. Was haben die denn hier überhaupt bewacht? Hier, oder? Nee, hier hoch geht's, aber hier ist ja nix. Ah, den Eingang. Oh, das wird ein gefährliches Wellblech, was ich nicht alleine aufkriege. Ah, ich brauche mal zur Hilfe. Ist doch nicht so, dass man einfach drüber klettern könnte, oder? Nee, das ist viel zu hoch. Und der Stacheldraht, guck mal. Au, Schnaiper. Alter, Snooper. Boah, mir könnte ich so eine nicht nehmen. Das wäre zu klasse. Stay low, low, low. Okay, den kann man anscheinend nicht treffen. Alter, mega geil. Was ich meine, ich müsste ja einmal drauf gewesen sein. Oh, fuck. Alter, der lässt sich abknallen. Ich wollte durchlaufen. Ich war das so gierig. Das ist ein Sniper, Junge. Da kannst du dir davon durchrennen. Er ist da. Siehst du, ob ich hier einfach durchrennen kann? Er hört einfach auf zu schießen. We can crawl through there. Leo, fuck, Daniel. Hä? Boah. Wie wirkt der Winkel gerade komisch, von wo er mich immer noch treffen kann? Ja, rechts vor rechts von uns. Wie kann man hier die Tür aufbauen? Wahrscheinlich soll einer da ablenken und der andere... Ich verstehe es. Er hat einen Wall-Hack. Ich bin hinter ihm. Ah, ich komme nicht. Ah, shit! Hey Vincent! We need to go and take out that Sniper! Ich habe ihn. Sehr gut. Ich komme jetzt in der Action ab. Alter, wie viele Häder? Ich denke, ich kippe mich. Ich bin hier. Noch mehr? Keine Ahnung. Wo muss ich hin? Ja, noch mehr. Hä? Die schießt die Waffe. Ich glaube, du kannst sie nicht töten. Ich glaube, ich muss die töten mit der Sniper hier oben. Sind alle weg. Die Sniper hat auch anscheinend unländliche Munition. Ich muss nämlich nicht nachladen. Oh, ich dachte gerade. Ah, ich kann nicht auf dich schießen. Bist du durch, dann kommst du hier rüber, dann kommen bestimmt da gleich noch welche. Ja, hier. Ja, da vorne. Oh, Alter, ist der weggeflogen. Den letzten sehe ich nicht. Ist tot. Ein bisschen von der Seite gekriegt. Oben einer. Kriegst du den oben? Ja. Ja. Den letzten sehe ich jetzt wieder. Ach, da ist noch einer. Aber den letzten sehe ich nicht. Ja, mach ich, mach ich. Ja, diese Waffe, wie die schießen. Hm. Noch mehr? Hä? Ja, rechts noch mehr. Gebt der noch oder zuckt der da nur noch? Ach ne, der zuckt nur noch. Da könnten. Ja, die sind oben. Ich habe erstmal die oben weg gemacht. Einer kommt auf dich zu. Gut. Ich glaube, das war's. Die Sniper ist nicht schlecht. Kann ich die nicht mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Ich muss mit der Dreckswaffe weiterlaufen. Kommst du da irgendwo hoch oder? Ja. Hier geht's nicht weiter. Uh. Ich muss hier runter anscheinend. Hello. Hello. Ganz unauffällig sind wir hier eingedrungen. Das ist echt so. Spring! Mit Anlauf. Kann echt springen. Kann man da unten gehen. Was hast du, hm? Too bad, ich bin nicht auf dem Platz. Wow. Ich wusste nicht, dass Mexiko so schön war. Das Wasser sieht schon echt aus. Ja, aber das ist ja noch nicht mal... Das ist ja auch ein geiler Sandstrand. Das ist noch viel schönen Regen. Oh, ist ja da so ein Trashcontainer des Todes, den ich nicht allein schaffe. Komm her! Kannst du hier nicht fliegen? Alter, das fehlt ja jetzt richtig zu nem Call of Duty. Oder Hitman. Sollen wir die töten oder sollen wir jetzt hier durchschleichen? Keine Ahnung. Hast du rechts und nicht links? Ja. 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 Vor allem haben die nicht mehr gerichtet, dass da hinten rum geballert wurde. Kannst du den ausschalten ohne? Ich weiß nicht. Ich hab den so ausgeschaltet hier. Die wissen, dass du da bist. Warum? Man kann die halt so nicht. Ich hab den auch so ausgeschaltet. Ja, aber es geht wohl nicht. Also bei dem einen ging's. Ja, aber sie haben sofort gewusst, dass es übergeblüht hat. Ach, das meinst du? Das ist glaub ich dumm, was ich hier grad mach. Easy. Ich lad auch immer nach direkt so. Einfach aus Prinzip, obwohl ich nirgendwo ne Anzeige hab. Kavaros, Kavaros! 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 Stürmen! Wieso stürmen? Ich geb den Herra. Through the gate, through the gate! Woa, 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 ne nicht soviel geht. Ähm, ok. Ist er dem Maschinengewehr Heini weggemacht? Wo leben wir da? Nice. Was haben wir denn für ein Gate Alter. Geiles Auto. Hm, hier geht's nicht weiter. Da und da sollen wir nicht weiter? Wahrscheinlich sollen wir. Oh, ok. Alles klar, du bist mal kurz nach vorne geglischt bei mir, bei dir auch. Schnell. Waffe wechseln. Echt so was denn? Ja vor allem sind da nur noch die Nahkampfwaffen wahrscheinlich werden die jetzt relevanter. Ich nehme mal die Schrott. Ich darf nicht, wieso darf ich nicht, aber doch, ich darf auch. Warte, dafür gehen wir gut. Hä? Ein Lock. Das sollte einfach sein. Heftig. Ich wusste doch, Schrote war ne gute Wahl. Drei. Zwei. Eins. Besser. Ist das nicht der aus den Zwischensequenzen? Der Buddy vom Harvey? Kann sein, ja. Ja, ich kamer dich. Hier, du musst hier drauf schießen, ich werfe jetzt was. Pass auf. Pass auf. Ach dann. Das ist nicht dein Ernst, dass du jetzt nachgeladen hast. Ich muss dich nachladen. Du bist ein Held. Ist das da noch? Hattest du nur das eine Ding? Ich glaube ja. Ja, das Ding. Okay. Alles klar. Okay. Einfach mal alles zerstört hier. Ich denke, das schaffe ich auch nicht alleine, genau. Hilft mir ja immer ein hartes Holz zur Seite zu drücken. Ist das hart. Und groß. Und schwer. Und eckig. Eckig. Ja, jetzt bin ich nutzlos. Ich hab ne Schrotflinte. Darf er drauf halten? Oh, ich geh jetzt jetzt ja. Kommst du klar? Ja, geht schon. Ich hab da halt einen jetzt auf Entfernung. Gucken ob die... Ne, das geht nicht mit der Schrotflinte. Das geht. Ich hab Mexiko hier auseinander genommen. Drei. Zwei. Eins. Drei. Alter. Klassenshaus, Digga. Ja, ich hab' in meine fucking Haus. Tagt er gerade in seinem Haus! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Keine halben Sachen! Ha 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 ha. Das war glaube ich gerade ein bisschen sehr offensiv hier. Alter. Wie oft muss ich hier treffen? Ich muss hier auf jeden Fall auch noch dreimal mit der Schrotlärte treffen. Ist hier noch einer? Ja. Ach er. Ja, klar. Der Lappen. Das ist echt so, Alter. Na, kann man mit dem Granatwerfer, alles klar. Ja, Mann. Und er läuft einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, Alter. Schrotflinte in den Arm, interessiert ihn nicht. Das Hemd ist schon cool, muss man schon sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du jetzt schon nicht durch die Schmiedschaft hast. Irgendwie schon, ne? Ich muss das ganze Kartell von ihm noch übernehmen. Ist echt so. Äh, nein, nein, du, komm, du darfst es. Ja, ja. Ja, ja. Ich darf mal eine Schrotflinte riechen. Wir machen den Pin. Wir machen, wir nehmen den Diamanten mit und kille dich. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Nein, ich wurde ja nur beauftragt von einem und dann geht es weiter. Also irgendwie ein größeres noch. Jo. Jetzt kurz bevor der Dice abknallt. Oder der hat irgendeinen Scheiß noch in dem Safe, irgendeine Knarre oder so. Eine Bombe. Ah, die Knarre. Soll ich doch? Ich glaube, einer stirbt. Ich kann immer so rechts-links gehen, aber... Guck mal, ich kann da hingehen und dann steht da stoßen. Warte mal. Boom. In die Nase. Der hebt immer noch. Sehr. Wenig Blut. Alter, jetzt wird es dir fickt. Die war auf die Plutale. Alter. Was ist das denn? Und dann ist das 10 oder so. Der hat da überhaupt noch in einem Stück da unten ankam und nicht einfach nur noch Teile von ihm. Der hat überhaupt nach 18 Kugeln und 200 Schrotgeschossen zurückschießt. Geil. Moped fahren. Nicht Moped fahren. Geil. Alter, hat ja nicht wie jeder Kartellboss einen Panzer hintergedacht? Ja. Rapido, rapido. Vamonos. Ja, vamanos, ja. Ah, ja. Hier sind sie! Scheiße, einfach weitergehen! Wir müssen uns finden, Emily. Es sollte hier sein. Fokus auf meinem Inventor. Sie schießen auf uns. Scheiße, sie haben eine Maschine auf dem Brot. Wir sollten uns okay sein, so lange wir unsere Distanz von ihnen halten. Also wirklich lenken ist das nicht, ne? Das ist mehr so Weg auswählen und dann fährt der den schon automatisch. Oder? Ah, nee, doch nicht. Wieso bist du so weit vorne? Weil ich klasse bin. Ach, ich glaub, äh, neben der Straße fahren ist nicht so gut. Oh, fuck. Okay, ich bin durch den Baum gefahren. Oh Gott. Oh, shit. Alter, Junge, nicht sterben. Ich würde wieder falsch abbiegen. Hahahaha, hab besprochen. Wow, komm aus der Weg! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich hab dich erwischt, ne, ne? Ja. Bei mir ist grad ruhig. Da blüken ganz unsichtbare Wände, die dich in die Bahn wieder schieben. Alter. Alter, mega. Matrix. Alles gut gemacht. Hey, jetzt durch den Schlamm. Das eigene Auto ist immer weg. Ja, wo ist das denn jetzt hinter mir her? Die sind doch grad in Bäume reingefahren. Alter, ich fahr auch so richtig scheiße, ne? Alter, hä? Was war das denn? Wo bleibst du denn die ganze Zeit hängen? Ah, du bist unter mir. Sie stoppen, sie stoppen die Schlammung. Sie haben die Röcke-Luncher. Das war eigentlich schon ziemlich on-point. Oh, oh, shit. Alles klar. Ich glaube, man kann ja gar nicht sterben. Hier sind jetzt grad ziemlich krasse Kurven bei mir. Was ist mit dir denn da los? Was machst du denn für einen Scheiß? Keine Ahnung. Ich muss mich aufsachen. Ja, Mann. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Oh, fuck. Ich hab nicht bei mir geguckt, wo wir hinfahren. Scheiße. Ich weiß nicht, wir lassen sie einfach von unseren Beinen. Jetzt hat es vorprogrammiert, wer fährt und wer schießt, oder? Es kam doch an, wer welchen Weg genommen hat. Ich hab keine Ahnung, wie gesagt. Oh, schade, sie kommen wieder los. Links. Aber rechts ist ein Sprung. Dann, geh mal den Sprung, bitte. Äh. Äh. Ich kann nicht schneller. Alter, der Boss ist tot. Wieso verfolgt der uns? Hat doch keinen Sinn. Null. Alles klar. Ich hab dich. Ich muss immer noch lachen, wie der da weggeballert wurde. Scheiße. Ey, ist echt so. Äh. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Ja, und die Einkratzer haben die, ne? Ja, ich bin okay. Du bist großartig. Ah, die hat sich die Haare gekärbt. Ich hab's. Das Licht fällt anders ein. Du bist nicht hörst mir so oft. Aber danke. Du auch, Leo. Du wißt du was? Ich glaube, ich werde das Buch schreiben. Das ist eine große Idee. Hey, Emily. Du hast ein Buch und Papier? Warte, jetzt? Warum nicht? Es ist ein langes Weg nach Hause. Du hast nichts besser zu tun? Nicht wirklich. All right, dann. All righty. Tigger shit. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up, then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. I'm fine. Leo. What? I'm... Yeah. We're there yet? Yeah. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Musik, keine Mucke. Das war die Bullen dauernd. Ich würde gerade sagen, er verspricht eigentlich, dass das jetzt hier auch abgeht. Das war alles nur Prolog. Jetzt kommen wir wieder in den Knast und müssen wir da raus. Ich glaube auch. Alter, die Bullen sind tatsächlich da. Häftig. Da kommt ein zweiter Teil draus. Snitch bitch, oder was? Aber echt, der die Oma hat uns verraten. Die werden jetzt eingestellt bei der Polizei, weil wir den Kattelhaus gekillt haben. Die geheime Einheit irgendwo. Zu zweit nur. Da guckt er auch Puzzle. Er günstig jetzt. Alter. Hier geht's. Guten Job, Vincent. Alter. What the fuck? I'm sorry, Leo. Einfach mal. Die Snitch. Wichtiger 31er, Alter. Okay, da unter hab ich nicht gerechnet. Ich hab auch mit Filmen gerechnet, aber das. Das nicht. Ich hab mir schon probisch vorkommen, was der krasse Bankkaufmann so drauf hat mit Fallschubspringen und Co. Oh ja, oh. Und Tod hat Stunts und alles. Häftig. Das war wahrscheinlich der Homie, der abgeknallt wurde, war wahrscheinlich so ein Bulle, der... In der Cover war. In der Cover war, ganz genau. Und das war auch der, von dem er dann erzählt hat, der abgeknallt wurde wahrscheinlich. Ja. Schipping zu Ihnen in Stein. Es ist alles da. Es ist alles da. Es ist alles da. Es sieht gut aus. Ja, natürlich ist es. Du kannst mich immer immer vertrauen. Ich bin nicht jemanden, mein Freund. Ich bin ein Trustable Typ. Ja, ich bin sicher. Hier geht's. Was denkst du? Hm. Es ist heavier als ich dachte. Es ist. Es ist ein Spaß mit dir. Du auch. All right, er hat es. Endlich. Was ist das? Shit! Shots fired! Shots fired! Go, go, go! She's doing the area! Move in! No! No! Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Stay with me! Please! I'm sorry, please! Somebody call an ambulance! Now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble. You understand? Where's Harvey? Where's the black war love? What are you deaf? What are you deaf? What are you deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James? If you want Harvey and the black war love, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this. And you know it. Just make it happen, James. Flesh rest. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only make it a worse for yourself. Take it easy, Leo. Shut up! You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car! Go! I'm fucking trusting you, Vincent! Leo. You need to calm down. Calm down! Are you serious? Look. I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet! You backstabbing pig! Please. Just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Wait a minute. Is he in England? Is he in the links? This is insane. I understand your anger. But you have to realize that it's over. Okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! You're nothing to me! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat! No. 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 No, you're not working! No. 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 ja bis gerade war ja geschlossen aber in jedem film ja klar die augen öffnung eigentlich Ich kann nicht, dass du weggehst! Du bist ein Tod, Vincent! Ich muss die Seite wechseln, bis hin! Ja, ist ja zum Glück, äh... Okay. Wie bist du da denn? Ich, äh... Ich dachte, ich... Ich dachte, ich muss ein bisschen vorschießen, aber braucht dich nicht. Ey! Das ist doch gut! Jetzt muss ich die Seite wechseln. Bis hin! Alter, wechsel doch nichts auf die Seite! Alter! Easy! Alles klar! Wir waren Brüder und er schießt einfach... Ich weiß gar nicht. Was? Was? Ich hab dich freundlich gebetet, mitzukommen. Da! Auf der Seite! Ich sehe ihn rauf! Set uns da runter! Mit der guten MP hinterher. Das ist echt so. Was? Was? Nee, wenn jetzt Splitscreen gezeigt wird, wo du bist, ist es wär dumm. Ich bin bei der Hohe jetzt bestimmt. Ja, Mann. Ja! 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 Alles klar! Alter! Auf gehts. Wir sehn uns! Ah! Du musst ihn finden. Ich kann ihn nicht wegwerfen lassen. Oh shit! Das geht weg! Oh shit! Ich habe gerade angefangen. Du solltest für das Geld bezahlen. Was? Das ist doch nur eine... Okay, ich habe nur eine Beste an. Der hat mir die ganze Zeit an. Stimmt gar nicht. Wenn ich lieber viel gewinnt gegeneinander spielen. Ey, das war mal ganz klarer Headshot. Ja, aber mir auch. Hast du genug? Ich habe viel mehr Bullets. Gott sei Dank! Cleo, komm! Wir müssen das nicht machen. Ich habe mich nicht geklappt. Und das ist aber noch keine Schramme. Nein, nein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du hast mich geschossen. Du hast mich verletzt, duige. Es wird ab, Jawohl! Jawohl, wie kommst du denn da hoch? Das war aber schlecht. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Oh fuck! Schieß doch! Aber du musst zielen, sonst schießt der nicht. Aber das ist doof. Hey, auf! Hast du? Scheiße. Das ist jetzt gar nichts. Das ist gar nichts, nur ein Kratzer. Alles klar, du siehst mich nicht perfekt. Oh, jetzt geht's so aufs Maul. Jetzt gibt's Street Fighter. Nein. Ich frage mich, wie lange ich das hätte halten können. Da kann man nichts gegen machen. Flashbacks. Für dich. 10 Minuten zu halten und dann... Ich schelle des Todes, ey. Jetzt darf ich wieder. Das sieht nicht nach nem Happy End aus. Ich hab dich auf die Nase, Junge. Ich glaub, der war im Kinn. Ich drück schon mal E. Ich auch. Ah fuck! Muss wirklich E drücken! Wirft doch die Prospanengasflasche auf ihn. Propan, Propan, Prospan, Propan. Oh fuck, du bist er da. Weiß ich nicht. Doch, doch. Auf! 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 Du wechsler, du hast mich erschossen! Keine Sorge, ich fliege da zusammen. Wenn die Emily die eine einfach weg bleibt auch nicht. Ja, einfach gegangen. Keine Verstärkung gerufen. Es ist 1-on-1, ich mach das. Ja. 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 So, jetzt spielt der zweite Teil nur mit Leo. Und, wie hat sich ein Bart wachsen lassen? Ich würde sagen, erkennt man ihn nicht mehr, weil er einen Bart hat. Das ist nicht so. Du hast hier sich so abknacken mussten. Er hat den nicht einfach K.O. gehauen. Und er ist abgehauen. Hatten die keinen Briefkasten oder was? Er ist ins Bein geschossen und ist abgehauen. Tja, da warst du wohl zu sauer. Was ist das? Ich bin entschuldigt für die Veränderungen, und nicht zu sein, wenn du mich brauchst. Ich bin entschuldigt für dich nicht mehr als der Mann, mit dem du in Liebe bist. Meine größte Regretungen sind die Momente, die wir nicht zusammengebracht haben. Von jetzt an, ich will nicht ein paar Sekunden zusammen, mit dir und unserer schönen Frau. Wenn du mich verletzt, ich werde den Mann, den du einmal liebst, und den Vater, den ich weiß, ich kann sein. Du bist für immer, Vincent. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin mir. Das war's. Das war's. Das ist das Wichtigste von dem Schild. Hey, Freunde. Hi. Hey. Linda, sind Sie bereit, zu gehen? Wir sind. Bist du sicher, dass niemand dich folgte? Ja, ja, wir sind gut. Lass uns gehen. Bist du okay? Ich bin. Ich bin gut. 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 Ich bin gut.